Ich erkläre mal in diesem Video warum meine Videos so sind wie sie es sind naja ich bin eben ein bisschen ich habe auch einige verrückte Einfälle und ich glaube ich sollte vielleicht noch ein paar mehr Top 10 Videos machen mehr als diese andere reich bin ich die Poste halt bewegen es hat immer eigentlich nicht leicht sich zu entscheiden m aber jedenfalls heute noch ein Video dann weiß ich nicht es kann immer was kommen immer ungeplanten Abschritten also bis zum nächsten Video Servus